guten morgen fünf uhr in der frühe es geht los richtung paris auf geht's guten morgen zusammen wir fahren jetzt nach paris ich bin eingeladen von tencent games auf einen influenza event und dann nehme ich euch mal stellvertretend mit das wird so eine art wieder gucken und kleine reels auf youtube nur groß geht raus an alle wieder so gucken in der community pappt mobile deutschland ganz besonders und ja los geht's ich bin in brüssel abgeschafft wilde geschichte mein zuppel ist verpasst worden drei minuten zu spät kam der zug da an die haben es ganz unkompliziert umgeschrieben und ja dann bin ich in den anderen ice gestiegen und jetzt nach brüssel und dann nach paris stand sofort nach paris hat dadurch zwei stunden verspätung insgesamt kommt bisschen später an nicht so schlimm habe ich mehr zeit im zug für mein geld in diesem sinne wenn ich jetzt in brüssel in 40 minuten weiter ab nach paris und dann sehen wir uns da siebte etage abflug geil ich bin angekommen mama shelter hier war eine erfahrung ich will stand ein bisschen am bahnhof und es war kein taxi da aber dass die kollegen haben das geregelt und das hat ein bisschen gedauert und das war kein problem ich stand da haben wir die menschen angeguckt und jetzt bin ich hier jetzt ist es gerade 16.30 16.35 16.49 das heißt sie haben gesagt ich habe zehn minuten zeit um 17 geht es los ich soll die nda unterschreiben und dann werde ich mich da hinten hin bewegen so hier einmal der blick ins zimmer ganz normales hotelzimmer aber es ist hier auf halloween getrimmt nicht so schlecht ich habe offensichtlich etwas zu essen bekommen hier also brot und eine wasserfrösche cool und hier ist das programm für heute und ein badezimmer wahrscheinlich hier sehr gut ja ist das hell schön aber ich würde duschen jetzt aber naja dafür bleibt keine zeit programm ist so es gab eine kleine präsentation und jetzt sind wir hier im showroom und können das ganze mal ausprobieren und spielen also die nächste demo ist bereit und wir können ausprobieren unter allem geil wir können sie alle zusammen spielen also man sieht hier am tisch überall sind geräte aufgebaut und wir können einfach zusammen zocken die neueste version einmal ausprobieren die neueste beta ich mache einfach fotos hier ich mache einfach Fotos hier ich mache einfach Fotos hier er hat die besten tiktoks und erklärt immer alles er hat beste kommentare beste beste community und beste tiktoks jetzt geht es an die waffen hier pass auf hier sind es ist kein Hi Bro! Hi Bro! Guten Morgen Deutschlands! Und das war's für den heutigen Tag. Alle gehen ins Bett. Um 7 Uhr geht's schon weiter. Mit einem geilen Frühstück haben wir uns angekündigt. Da bin ich gespannt drauf. Und dann geht's mit einer Überraschung in den Tag. Um 8.30 Uhr geht's weiter. Ich nehm mich mit. Für heute erstmal. Tschüss!